meine freunde was geht herzlich willkommen hier bei jengis 44 tv meine freunde wir haben halb acht uhr morgens ja der frühe vogel fängt den wurm oder so ähnlich und ja wie an meiner stimme hört ich bin ein bisschen krank dass ja ich habe so ein corona abo das ist jetzt die zweite lieferung die gekommen ist die erste war ja ein paar monaten da hatte ich schon mal für zwei wochen corona jetzt wieder seit einer woche corona letzte test war aber negativ obwohl immer noch alles zu ist keine ahnung bin wohl auf dem weg der besserung ja deswegen gab es jetzt auch die letzten tage keine videos und generell ein bisschen geguckt dass man sich ausruht und so weiter war nicht großartig unterwegs außer gestern in solingen bruder besucht ja ich habe ja im letzten live stream wo ich mein angebot gemacht habe dass dieser schlumpf aus reihenhausen nach amsterdam fahren soll da habe ich da habe ich da habe ich euch doch von dem friseur erzählt von dem friseur von den outlaws der typ aus heinsberg alex alex sowieso ihr wisst eine weile war der schlumpf aus reihenhausen ja mega mit denen connected irgendwie mit outlaws aus heinsberg und hat mit denen da angegeben und gepost und dies und jenes und tralala naja auf jeden fall habe ich ja dann im letzten stream erzählt der pass mal auf der typ kommt irgendwie runtergepatcht ist nur noch prospect ist das ja und da gab es jetzt ein update da haben ja leute noch im chat groß geschrieben so von wegen oder in den kommentaren so von wegen ja woher willst du das wissen und als ob und keine ahnung so der outlaws mc hat jetzt selber ein statement rausgebracht wo sie ganz klar sagen alex heinsberg out in no contact ja ich blende euch das hier auch mal gleich kurz ein im video out in no contact ja was bedeutet das auto no contact da kann ich erkennt ihr sicherlich die eine szene aus dem aus der satudara dokumentation und wegen no contact was heißt no contact ne und wo der typ dann so eine backpfeife kriegt weil er augenscheinlich da auch gegen einen no contact verstoßen hat ich sag euch mal so viel no contact ist im endeffekt sowas wie das neue bad standing weil ja bad standing wird nicht mehr ausgesprochen hat so ein bisschen auch rechtliche gründe und so weiter da sind die leute immer ein bisschen schwierigkeiten gekommen und stattdessen gibt es jetzt ein out in no contact bei vielen clubs und out in no contact ja du darfst halt keine karte keinen kontakt mehr zu der person haben das heißt da kann man schon sagen natürlich dass das ja so naja somit das schlimmste ist also rauswurf also der typ ist nicht im guten raus ja auch für ganz ganz deutlich gesagt der typ ist nicht im guten raus und das bedeutet das und warum das ganze so ist das könnt ihr euch sicherlich denken in dem kleinen statement erfährt man das natürlich nicht aber wenn du so ich sag mal in der szene wissen die leute dass in der verschiedene sachen vorgeworfen wurden unter anderem feigheit vor dem feind und halt dass er sachen gemacht hat mit dem sich der outlaws mc nicht identifizieren kann er war ja immerhin europassagen mit arms und dazu gehörten halt auch die sachen mit dem schlumpf aus rheinhausen das ihr habt ja sicherlich irgendwann gemerkt da hat der kontakt abrupt aufgehört zu den outlaws und wenn ich hier wenn ich den mist erzählen sollen genauso mein angebot ich habe ja letztens gesagt er soll nach amsterdam fahren dies das würde schön sollen die sollen die outlaws mal ein gutes wort über über den schlumpf verlieren außerdem habt ihr auch guck mal das ist ja auch das was ich euch immer wieder gesagt habe wo mir auch leute nicht geglaubt haben erinnert ihr euch noch dass ich euch gesagt habe wenn du mit einem ali am tisch sitzt dass du dann dein gesicht verlierst dein ruf verlierst dass du damit also dass echte leute dann nichts mehr mit dir zu tun haben wollen jetzt zieht euch mal rein was da der massack gesagt hat und sein gespräch wo er von seinem gespräch mit bösemann erzählt bösemann hat ihm genau dasselbe gesagt weil die kontakt hatten und da gut war miteinander wollte bösemann nichts mehr mit ihm zu tun haben das ist halt das ding das wissen viele nicht aber ich habe das öfter hier erzählt das wird ein bisschen belächelt weil alle ja angeblich mit real g's rumläuft ja ist halt ist halt nicht der fall ist halt absolut nicht der fall leute wollen mit mit einem ali und mit leuten mit denen ali zu tun hat nicht am tisch sitzen die echten leute setzen sich nicht mit ihm an tisch bösemann will ich euch jetzt erzählen er ruft mich an ey bro was ist da los ich so nix ich habe kurz ali hops genommen der so was habe ich dir damals gesagt ich denke nach ich so der hat recht der hatte mich damals vor ali osman gewarnt und ich wollte doch mit bösemann ein blog drehen erinnert ihr euch noch daran erinnert ihr euch noch daran als ich zu bösemann wollte nach stuttgart und blog drehen der hat mich ja eingeladen gehabt ich habe es für mich behalten ich habe es nie an die öffentlichkeit getragen so ein mensch bin ich nicht erkennt mich ich nutze solche situationen nicht aus aber wisst ihr was sein grund war sein grund war du hast kontakt zu ali osman es tut mir leid meine jungs und ich können uns hier mit dir nicht blicken lassen ich denke so was habe ich mit dem zu tun der so du bist absolut korrekt du bist hier jederzeit willkommen aber dadurch dass du mit ali osman kontakt hast und dich mal mit ihm getroffen hast hast du dich verbrannt bei den echten kein echter wird sich mit dir treffen wollen und jetzt kommt mir nicht mit ja du saß doch mit ihm am tisch ich saß mit ihm am tisch ich hatte ich hatte eine mission to go ja also ich habe bei mir war das eine sache mit bei mir war das abgesprochen ja deswegen bin ich ja auch noch cool mit den ganzen clubs und so jemand wie er nicht ja deswegen kann ich in die türkei fahren und dort ein bruder von den hells angels besuchen und deswegen kann ich nach holland offen rms von mit fahren und das wird ein ali osman halt niemals können ja das liegt halt einfach daran dass er dass er der ist der ist so und wenn ihr diese aussage jetzt hört von einem massag von ali osman von 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 einem böse mann die aussage dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen wer denn die leute sind die ihn überhaupt noch unterstützen ja und wie die wahrgenommen werden von ja ich sag mal den echten leuten ja und das gilt sowohl für den typen aus allen ja dann guck mal das ist so geil dass der dass der böse mann das gesagt hat weil dann habt ihr einfach eine referenz wert von jemanden der auf der straße unterwegs war oder unterwegs ist wie auch immer er halt einfach nochmal das bestätige was ich euch sage mir wird mir mir wird ja nicht geglaubt ja meine kredibilität wird ja in frage gestellt da habt ihr es dann noch mal vom böse mann aus aus von seinen worten der das ganze bestätigt so und wenn wenn es dann heißt die echten hängen nicht mit ihm dann könnt ihr mal ganz stark davon ausgehen dass die leute die mit ihm hängen als fische sind einfach fische ja so der typ aus allen ist ein fisch so und und der tut er tut er so als als wäre irgendwie keine ahnung was wie krass in der szene unterwegs und 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 das sind alles alles fische so der der typ der typ aus reinhausen doch selber auch de facto hat der weniger club erfahrung an sich der weiß überhaupt nicht der weiß gar nichts man der ist da rein gestolpert war irgendwie ein zwei jahre presi und hat sonst überhaupt nichts mit club und dies das am hut so ich hab den ich hab den kam zehn jahre lang gemacht er vielleicht zwei und deswegen wollte ich das hier noch mal an dieser stelle ganz klar betonen und hervorheben dass sie da wirst ja einfach was sache ist und noch mal aufgeklärt werdet und up to date zeit in diesem sinne hier ein video aus der krankheit ja aus der ich sag mal verschollenheit ich habe schon wieder viel zu viel man merkt mir fehlen die worte ich aber scheiße video zu ende oder rein ich bin raus peace bis zum nächsten Mal